Hallo zusammen und willkommen zu einem PAL World Video hier auf meinem Kanal. Ich wollte es nicht glauben, aber der Glitch funktioniert tatsächlich. Ich empfehle euch, wenn ihr das macht, bitte macht es nicht, wenn ihr mit Online-Leuten spielt. Bitte macht es nur, um zu gucken, wenn ihr noch nicht alles im Game gesehen habt, das auszuprobieren. Denn es ist ein Glitch und es ist ein ziemlich heftiger Glitch und ihr solltet es nicht nutzen, um euch dafür einen Vorteil zu erspielen. Also macht es nur, wenn ihr mal sehen wollt, was PAL World euch so bietet. Ihr werdet nämlich relativ schnell im Level steigen. Also folgendermaßen funktioniert es. Macht es so, dass ihr nicht viel mitnehmt. Ihr braucht eine PAL-Sphäre, ihr braucht was zum Schießen. Ihr braucht eine Rüstung. Ich habe jetzt hier nur eine Fellrüstung mitgenommen und ein Schild und natürlich ein bisschen was zu essen. Und das sollte alles sein, was ihr mitnehmt. Dann geht ihr hier auf die Schnellreise und reist ins kleine Dorf am allerbesten. Relativ nah an der Starterbase. Reist ins kleine Dorf, wenn ihr da schon so weit seid. Ansonsten spielt euch da hin frei. Und dann macht ihr folgendes. Ihr geht hier zu diesem Soldaten. Bleibt am besten am Schnellstartum stehen und schießt den an. Ihr braucht das. Er tappt ein Wanted. Dann reist ihr hier oben hin zum Turm. Das ist der heftigste Gegner, den es im Spiel gibt. Reist ihr da hin. Und geht dann da rein. Ihr seid immer noch Wanted, wie ihr seht. Und das ist auch wichtig. Ihr dürft den Gegner nicht angreifen. Ihr müsst eure Gegner, also eure Soldaten, die gerade hinter euch her sind, und die müssen den Drachen angreifen. Die müssen auf den Drachen schießen. Dann funktioniert der Glitch. Denn dann wird der Gegner quasi abgelenkt. Ihr solltet also gucken, dass der Drache hier zwischen euch... Ah, okay. Das passiert natürlich manchmal zwischen euch und den Milizen kommt. So, und jetzt hat er den angeschossen. Und ihr seht, der rennt einfach weg. Und jetzt von hinten eine Sphäre draufwerfen. Und ihr habt Victor und Shadowbeak gefangen. Jetzt könnt ihr folgendes machen. Ihr geht einfach zurück zum Titelbildschirm. Und sterbt da, oder sterbt da, ne? Wenn ihr die Rüstung, gut, dann haut ihr die weg. Aber hey, ihr habt jetzt echt viel, viel XP. Beginnt wieder ein Spiel. Und dann steht ihr vor dem Turm. Mein Charakter, das braucht ihr mal ein bisschen zum Laden. Aber ihr seht, ich bin schon wieder ein Level aufgestiegen. Jetzt habe ich schon wieder ungenutzte Statuspunkte. Irgendwann lädt der dann auch mal. Ja, so langsam kommt es dann ins Spiel. Und dann habt ihr wieder ein Level erreicht. Weil ihr kriegt da immer, ich glaube, um die 40.000 XP. Mega krass. Ich zeige euch jetzt auch mal das Vieh. Ich fliege mal eben nach Hause hier. So, oben zum Turm. Ihr könnt jetzt sofort wieder starten. Denn wenn ihr ins Titelbildschirm zurückgeht, ist der Timer auch vom Turm resettet. Das heißt, ihr könnt sofort wieder ins kleine Dorf, euch Wanted holen und sofort wieder hierhin reisen. Und das Ganze sofort wieder beginnen. So, wir reisen aber mal kurz. Also ich könnte jetzt sofort ins kleine Dorf hier reisen. Und das machen. Wir reisen aber mal kurz zu meiner Base. Denn ich möchte euch das Vieh ja zeigen. So, dann geht ihr auf die Portrait. Und ihr seht hier, habt ihr es gefangen. Victor in Shadowbeak gefangen. Ich habe den auch schon in meiner Auswahl. Und so sieht das Ding dann aus. Zack. Stark. Starkes Monster. Eines der stärksten oder das stärkste Monster. Die Stats von dem Ding können wir uns auch mal angucken. Moment, dann gehen wir mal hier auf die Porebox nochmal. Hier. Er hat einfach mal 200.000 Leben. Einen Angriff von 860. Er kann nichts. Er kann nicht arbeiten. Er kann nur kämpfen. Er hat auch einen Riesenhunger. Aber er ist ein mega krasses Tier. Und ja, ihr levelt halt extrem schnell mit dieser Methode. Nutzt die Bitte nur, um euch das Spiel mal anzuschauen. Um euch einen Vorteil zu erkämpfen. Damit ihr mal alles sehen könnt. Nutzt es nicht online zu eurem Vorteil. Also, macht es gut und lasst einen Like da. Ciao.